Mal Hand aufs Herz, wie gut kannst du eigentlich mit Spannungen und Konflikten in deinen Beziehungen umgehen? Kannst du damit leben, dass deine Partnerin, dein Partner oder auch andere Menschen, die dir am Herzen liegen, so Seiten an sich haben, die du schwierig, nervig oder einfach nur furchtbar findest? Und wie lebst du eigentlich damit, dass an dir selbst auch nicht alles so vorzeigbar ist, dass es da auch Eigenarten oder Verhaltensweisen gibt, die du nicht so toll findest? Gar nicht so einfach, diese Fragen, oder? Wir alle müssen damit leben, dass das Leben, wir selbst und die Menschen, die uns wichtig sind, nicht einfach nur gut oder böse, schwarz oder weiß oder nur so oder so sind. Wenn wir jemanden lieben, wenn wir in eine Beziehung gehen, dann entscheiden wir uns für die ganze Packung. Oder doch nicht? Und was bedeutet das genau? In dieser Folge sprechen wir über die Schwierigkeit, mit Spannungen und Konflikten in Beziehungen klarzukommen und mit den vielen Seiten, die wir Menschen an uns haben. Und ich habe diese Folge genannt, kannst du mein Monster halten. Und es geht um das Sowohl-als-auch-Prinzip der Liebe. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben, lieben, lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Und ich habe hier jede Woche Inspirationen für dich, dein Leben und deine Beziehungen. Meine Mission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Und dazu, und das weiß ich wirklich auch aus meinem eigenen Leben, gehört eine Fähigkeit, die uns allen oft gar nicht so leicht fällt. Und ehrlich, es steht auch nirgends, dass es leicht sein müsste. Und doch wissen wir, dass es wichtig ist, die oder den anderen anzunehmen als das, was sie oder er ist. Facettenreich. Ein Mensch, der eine eigene innere Welt hat, die wir vielleicht nie ganz durchdringen werden. Mit guten und schwierigen Seiten. Mit Überraschungen. Mit Wendungen. Kurz gesagt, gehen wir wirklich in eine Beziehung, dann nehmen wir die ganze Packung. Sagen Ja dazu. Obwohl wir diese ganze Packung ja noch nicht mal greifen können in ihrer Bedeutung oder in ihrem Ausmaß. Ein Stück weit kaufen wir immer die Katze im Sack, um es mal witzig zu machen. Und ja, wir gehen damit auch ein Risiko ein. Umgekehrt ist es natürlich genauso. Denn auch wir können uns unseres Selbst in allen unseren Unwägbarkeiten, Gefühlen und Entscheidungen nicht hundertprozentig sicher sein. Für immer. Wir alle haben Seiten an uns, die uns selbst nicht so gefallen. Um damit umgehen zu können und uns dennoch auf Beziehungen einlassen zu können, brauchen wir etwas, das wissenschaftlich Ambiguitätstoleranz genannt wird. Und was es damit auf sich hat und wie sich das in deiner Beziehung zeigt und auch, wie du das für dich erschließen kannst, darüber reden wir gleich. Werbung Claudia, wie machst du das eigentlich, dass du immer so gut drauf bist? Hat mir kürzlich eine Hörerin via Insta geschrieben. Naja, ich freue mich halt, wenn ich Podcast mache, wenn wir uns so nahe dabei kommen. Aber ansonsten geht es mir genau wie allen anderen. Ich habe auch meine weniger guten Phasen. Probleme oder lass mal den Kopf hängen. Das ist ja auch ganz normal. Was mir aber hilft für meine innere Balance, ist viel rauszugehen in die Natur, Sport zu machen, Meditation, Reden natürlich, liebe Menschen um mich rum, mein Hund. Aber auch hochwertige Supplements sind für mich essentiell, wie du weißt. Und für natürlich gute Stimmung habe ich schon vor sehr langer Zeit die Mutkapseln von Brain Effect für mich entdeckt. Mit L-Tryptophan, mit B-Vetaminen, mit Rosenwurz und dem Vitalpelz Cortizeps. Einfach vor dem Frühstück einnehmen und dann geht bei mir die Sonne auch von innen auf. Und zwar ganz natürlich. Brain Effect steht für hochwertige Supplements aus deutscher Produktion. Und wenn du die tollen Sachen von Brain Effect für mehr Wohlgefühl, bessere Performance oder besser schlafen auch mal ausprobieren willst, dann gibt es für dich als Leben lieben lassen Hörerin oder Hörer mit dem Code LEBEN, groß geschrieben und ein Wort, jeweils 20% Rabatt auf die aktuelle Angebotskategorie und immer 10% auf alles andere. Und mit jedem Einkauf auf braineffect.com unterstützt du auch meine Arbeit und diesen Podcast hier. Ich sag Dankeschön. Den Link und den Rabattcode findest du in den Shownotes. Die Schwierigkeit mit den vielen Facetten eines Menschen irgendwie umgehen zu müssen, sie beginnt eigentlich schon ganz am Anfang unseres Lebens in unserer Kindheit. Wir wachsen als Kind mit Eltern auf, die wir lieben. Aber diese Eltern sind nicht perfekt. Sie können auch mal genervt, gereizt oder überfordert sein. Sie können der Quell der Liebe sein für uns, der Liebe, die wir brauchen. Und sie können uns Angst machen, wenn sie uns bestrafen, kritisieren, nicht verstehen. Wir lieben unsere Eltern, aber nicht alles an ihnen. Es gibt schon als Kind Momente, da lieben wir sie mehr als in anderen Momenten. Und manchmal lehnen wir sie sogar ab. Denk mal an die Pubertät. Und da rede ich jetzt von ganz normalen Situationen des Aufwachsens, nicht etwa von destruktiven Familienstrukturen. Und dieses Sowohl-als-auch-der-Liebe, das zieht sich durch unser ganzes Leben hindurch. Menschen sind facettenreich. Menschen haben verschiedene Seiten, Aspekte und das alles in sich vereint. Du und ich auch. In einer Person. Deshalb bleibt da immer auch eine gewisse Unvorhersehbarkeit, eine Uneindeutigkeit, eine Ambiguität. Und wenn wir jemanden lieben wollen, in eine echte Beziehung gehen wollen, dann müssen wir damit irgendwie klarkommen. Die Spannung halten und auch das Risiko, das damit für uns verbunden ist. Und diese Fähigkeit nennen Wissenschaftler Ambiguitätstoleranz. Bist du immer nur nett, wohlmeinend, offen oder freundlich? Also ganz ehrlich, mir gelingt das nicht immer, auch wenn mir das generell wichtig ist. Ich habe auf jeden Fall auch Seiten an mir, die ich schwierig finde, wenn sie hervorkommen. Ich kann manchmal schwer nachgeben oder ich habe eine Neigung in Konflikten, das letzte Wort zu haben und, und, und. Und ich kann das so offen sagen, weil ich gelernt habe, mich als eine ganze Packung anzusehen. Ich habe gelernt, dass das alles zu mir gehört. Licht und Schatten. Die Seiten, die ich an mir mag, denen sehe ich super gerne zu, wenn sie hervorkommen und es fühlt sich auch richtig gut an. Aber ich sehe auch, und manchmal erst im Nachgang, aber immerhin, wenn meine Monster wieder aus ihrem Versteck gekrochen sind, in einer emotionalen Situation das Steuer übernehmen, dann sieht das gar nicht gut aus und es hinterlässt keine guten Spuren. Es gibt da so ein Lied von Judith Holofernes, ein alter Song von Wir sind Helden, da singt sie Kannst du mein Monster halten? Ja, das hätten wir so gerne, dass uns jemand so nimmt, wie wir sind. Aber davor kommt für mich die Frage, kann ich denn selbst mein Monster halten? Das anzunehmen, dass ich auch engstirnig, besserwisserisch oder launisch sein kann, das heißt ja nicht, dass ich das gut finde. Aber auch das bin ich oder kann ich sein. Alles andere wäre eine Lüge. Und ich weiß aus Gesprächen mit Hunderten von Klienten, dass wir alle, wirklich alle, Dreckecken haben. Wir sind beides. Freundlich und offen, hilfreich und wunderbar oder eben manchmal auch engherzig, egozentrisch, bewertend und verurteilend. Erst wenn ich das anerkennen kann an mir, dass auch das da ist, erst dann kann ich damit umgehen lernen. Ich kann dann schauen, welchen Teil von mir ich Nahrung geben möchte. Ich habe das schon mal in der Episode Das böse Ich erzählt, wie ich mich selbst in einer sehr bewertenden, ja sogar abwertenden Situation erlebt habe und wie ich durch die Beobachtung dann umschalten konnte in einen anderen Modus. Wenn dich das interessiert, ich verlinke dir diese Folge nochmal in den Shownotes. Solange ich mir aber die Geschichte erzähle, dass ich nur gut bin, dass ich alles richtig mache, dann muss ja logischerweise alles, was schwierig ist, von den anderen kommen. Man hat ja nichts davon mit mir zu tun. Ja, ich mache ja alles richtig. Die Schuldigen sind immer da draußen. Die uneinsichtige Partnerin, die dummen Autofahrer, die verwöhnten Kinder. Und dann geht das Schwarz-Weiß-Denken in eine neue Runde. Es ist einfach, so zu denken, aber das Leben ist nicht so oder so. Das Leben ist immer so und so. Du merkst schon, ich stehe auf das Und. Darüber habe ich in der letzten Sonntagsfolge schon gesprochen. Also, niemand ist einfach nur so oder so. Wir machen es uns zu einfach, wenn wir Schwarz-Weiß-Denken. Wenn du dich ärgerst, traurig oder verletzt bist, weil du Stress mit deinem Partner oder deiner Partnerin hast, ist das nicht alles, was diesen Mensch ausmacht. Es ist eine Facette, ein Verhalten. Und das kann ein Verhalten sein, das richtig schwierig ist. Gemein, intolerant, unausstehlich, absolut. Und damit müssen wir nicht einverstanden sein. Aber da ist ja auch noch die andere Seite. Eine wunderbare, die du liebst, oder? Eine Seite, mit der du verbunden bist. Wo ist also die oder der andere zugewandt, unterstützend, wirklich liebevoll? Das ist auch dieser Mensch, mit dem du jetzt gerade streitest. Das gehört auch dazu. Du hast die ganze Packung genommen, als du dich für diesen Mensch entschieden hast. Du hast einen lebendigen Prozess gewählt, mit vielen Facetten. Und da kommst du auch mal in schwieriges Fahrwasser. Das zu halten kann schwierig sein, ich weiß das. Du musst nicht zu allen Facetten deines Partners Ja, ich will dich sagen. Aber stimmt für dich so das Große und Ganze? Kannst du zum meisten Ja sagen und den Rest vielleicht irgendwie akzeptieren, weil nichts und niemand perfekt ist? Und schon gar nicht für deine Vorstellungen perfekt? Ich glaube, dass darin etwas von der Kunst einer gelingenden Beziehung liegt. Also Schluss mit der Perfektion. Diese Vorstellung von einer perfekten Beziehung, wo immer alles und bis ins letzte Detail passt. Wir sind doch mindestens zwei Menschen in einer Beziehung. Wir gehen nicht auf in einem rosa-roten gemeinsamen Ich. Ich finde wirklich, 70-80% Okay-Zone in einer Beziehung reichen aus. Und das ist sogar sehr, sehr viel. Da hast du schon wirklich eine sehr gute Beziehung. Es wird immer einen Teil geben, der nicht harmonisch und nicht so einfach zu akzeptieren ist. Weder am anderen, noch an dir, noch in der Beziehung. Und daraus ergibt sich auch eine gewisse Spannung und Reibung. Daraus entstehen Probleme, die uns in die Entwicklung bringen. Aber daraus resultiert auch eine Anziehungskraft. Seltsam, oder? Zu viel Übereinstimmung, zu viel Gemeinsamkeit macht auch langweilig und öde in der Beziehung. Wir brauchen zum Wachstum in der Beziehung auch das Andere, das Schwierige, die Herausforderung, die Verschiedenheit. Das fordert uns so richtig heraus und es lässt uns wachsen. Uns selbst als auch in der Beziehung. Und es ist wichtig, dass wir diese Spannung aushalten können. Dass wir auch was verzeihen können in unseren Beziehungen. Natürlich, wenn eine echte Absicht zur Wiedergutmachung auch besteht. Dass wir nicht ewig nachtragend sind. Damals, vor zehn Jahren, hast du das oder das gesagt und das nehme ich dir bis heute übel und deswegen verurteile ich dich. Das ist seine kindliche Vorstellung. Und es ist ja auch so, niemand muss sich so anpassen oder formen lassen, wie wir ihn haben wollen. Und das bezeichnen wir dann als Liebe. Wenn du mich liebst, dann bist du so oder so. Dieser Druck, den oder die anderen irgendwie zu verändern. Hast du schon mal eine Beziehung gesehen, wo das funktioniert hat? Ich nicht. Denn hat man den anderen so rund geschliffen, dass alles passt, verliert man leider auch die Achtung. Liebe bedeutet nicht, den anderen Menschen von sich selbst zu entfremden. Das ist für uns passt. Das ist Selbstaufgabe. Großzügig sein in einem gewissen Maß, das kann dagegen sehr hilfreich sein. Okay, ich reite jetzt nicht darauf herum, auch wenn ich es schwierig fand, wie du dich da oder da verhalten hast. So mache ich das manchmal in meiner Beziehung. Und das hat sich echt bewährt. Ich schaue da jetzt mal drüber hinweg und lasse dir das mal durchgehen. Und natürlich, ich wünsche mir das auch mal für mich, wenn ich drüber bin. Diese Haltung ist echt hilfreich. Natürlich gelingt sie auch nur, wenn es im Großen und Ganzen passt. Was auch hilft, ist, Mensch und Verhalten in der eigenen Vorstellung zu trennen. Ungefähr so. Ich liebe diesen Menschen in seinem Innersten, in seiner Art zu sein, in seinem Wesenskern. Das kann ich tun, während ich gleichzeitig mit dem Verhalten dieses Menschen auch mal nicht okay bin. Der Psychologe Jens-Uwe Korsen hat es so auf den Punkt gebracht. Du bist ein leuchtender Stern, aber dein Verhalten in Bezug auf unsere Beziehungen ist ungünstig. Verstehst du, wie das gemeint ist? Ich finde das sehr hilfreich und da steckt eine gute Möglichkeit für Ambiguitätstoleranz drin. Es gibt auch in der Liebe keine einfachen Antworten. Wenn du mich liebst, dann… Das sind Märchen aus Hollywood. Was jetzt aber nicht bedeutet, Sachen hinzunehmen, die dauerhaft nicht okay sind und alles einfach nur zu dulden. Natürlich müssen Dinge, die uns grundsätzlich zuwiderlaufen, in der Beziehung geklärt werden. Aber man kann da auch alles zu Tode reiten. Deshalb geht der Satz von Jens-Uwe Korsen noch weiter. Du bist ein leuchtender Stern, aber dein Verhalten ist für unsere Beziehung ungünstig. Und da dein Verhalten an dir drin hängt, müssen sich unsere Wege hier trennen. Ja, auch das kann natürlich passieren, wenn das Verhalten nicht mehr tolerabel ist oder keine gemeinsame Ausrichtung findet. Wenn es der Gemeinsamkeit im Wege steht. Es ist eben immer ein Balanceakt. Spannung auszuhalten bedeutet also auch, ich halte aus, dass wir gerade nicht einer Meinung sind. Und dass wir vielleicht gerade noch keine Klärung für ein Thema haben, dass es sich gerade nicht gut für uns in der Beziehung anfühlt. Und dass wir dennoch zusammen sind und nicht die Welt untergeht. Warum sage ich das? Viele Menschen, und zu denen habe ich auch lange Jahre gehört, haben nämlich schreckliche Probleme, wenn mit ihnen nahestehenden Menschen nicht alles harmonisch und in Ordnung ist. Sie leiden so entsetzlich, wenn es Meinungsverschiedenheiten oder ein Konflikt zwischen ihnen und einer Freundin, einem Partner gibt, sodass sie entweder den Kontakt vorschnell abbrechen und fliehen oder sich unterwerfen, also übermäßig anpassen, zu schnell nachgeben, vielleicht ihre eigene Position gar nicht erst einnehmen. Der Druck, die Schuldgefühle, die Angst, die Scham, die diese Menschen befällt, wenn nicht alles eitel Sonnenschein ist mit einem nahestehenden Menschen, dieser Druck ist für sie unerträglich. Somit wird die Harmonie, das Bitte hab mich lieb, stärker als die eigene Position, die eigene Meinung oder die eigenen Werte. Und so kippen diese Menschen in eine fatale Abhängigkeit und einen ewigen Nettigkeitsdruck. Wenn ich mit Klienten dieses Muster hinterfrage, stellt sich nicht selten heraus, dass sie Kinder waren, die mit dem Mittel des Liebesentzugs bestraft wurden, mit strafendem Schweigen, sodass sie verankert haben, Mit diesem Mindset gehen sie dann in Paarbeziehungen. Und egal, wie autonom diese Menschen sonst in ihrem Leben sind, führen sie dann das kindliche Muster wieder auf. Sie rekonstruieren es. Sie können die Spannung eines Konflikts zwischen ihnen und einem geliebten Menschen nicht aushalten und unterwerfen sich aus einer erlernten Angst vor Lieblosigkeit. Das hat fatale Folgen, weil die Beziehungsdynamik kippt, die Balance verloren geht und damit die Augenhöhe und die Gestaltungsfähigkeit für die Beziehung. Und wenn du sowas auch kennst, dann ist diese Beobachtung erstmal ein riesen Fortschritt. Ich kann die unangenehme Spannung nicht aushalten, wenn ich mit meinem Schatz oder einem anderen wichtigen Menschen einen Konflikt habe, der noch nicht geklärt ist. Spür mal in dich rein, welche Angst sich da zeigt. Und versuch ihr mal einen Namen zu geben. Vielleicht, ich habe Verlustangst. Angst, nicht lebenswert zu sein. Angst vor Vernichtung. Angst, verstoßen zu werden. Angst, unterzugehen. Was immer es ist, es ist eine alte Angst, die du schon kennst. Du wirst sehen. Sie hat mit der Situation jetzt eigentlich nicht viel zu tun. Aber sie zeigt sich auch an deinem Körper. Vielleicht fühlst du eine extreme Anspannung. Vielleicht zieht sich etwas zusammen oder du fühlst dich erstarrt. Bei meiner Klientin Iris, einer Ärztin, die als Koryphäe in ihrem Fachgebiet gilt, hat sich das immer in einer Art Erstarrung gezeigt, die sie vollkommen blockiert hat und die in solchen Momenten alle anderen Bereiche ihres Lebens ganz weit hat wegrutschen lassen. Ein Konflikt mit einem lieben Menschen hat sich für Iris beinahe lebensbedrohlich angefühlt, so als würde der Boden unter ihr einbrechen. Das Gefühl von Sicherheit ging in diesen Momenten vollkommen verloren. Ein extremer Ausnahmezustand. Und es ist vollkommen klar, dass der einzige Ausweg, die Unterwerfung, also Fawn Response, als Stressreaktion des total überforderten Nervensystems war. Mit dem Ergebnis, dass diese ansonsten sehr selbstbewusste Frau, die auf internationalen Fachkongressen sprach, sich in ihren Beziehungen immer wieder übermäßig anpasste, ja, abhängig machte. Iris war mit einem sehr autoritären Vater aufgewachsen und einer übermäßig angepassten Mutter. Der Vater war streng, er erwartete hohe Leistungen von ihr und zeigte ihr seine Liebe, wenn sie sein Vorzeigekind war. Bei der geringsten Verfehlung aber wurde sie mit tagelangem Schweigen oder vernichtender Kritik bedacht. Iris wusste nie, welche Stimmung gerade über sie hereinbrechen würde. Die Mutter, emotional abhängig, war kein Schutz in diesem Machtsystem. Iris tat alles, um die Aufmerksamkeit und das Wohlwollen des Vaters zu erhalten und wagte keinen Widerspruch. Sie verehrte ihren Vater. Sie schaute zu ihm auf. Sie hing von ihm ab und war sein Lieblingskind. Gleichzeitig war sie in ständiger Anspannung und Angst verstoßen zu sein. Jede Disharmonie machte ihr Angst. Und so zog sich das weiter. Und egal, was es bei dir ist, mach dir das bewusst. Du bist heute erwachsen und es geht hier nicht um alles oder nichts. Hier geht es nur um einen noch ungeklärten Konflikt mit einem Menschen, der dir viel bedeutet und der lässt sich bestimmt lösen. Du darfst üben, in kleinen Schritten diese Spannung aushalten zu lernen. Deinen Körper, dein Nervensystem zu beruhigen. Dir dein Gefühl für Sicherheit aus dir selbst heraus zu stabilisieren. Das kann man trainieren. Schritt für Schritt. Und da kann auch therapeutische und andere psychologische Unterstützung helfen. Beziehungen zu den Menschen, die wir lieben, können auch Spannung und Konflikte tolerieren. Sie kippen nicht gleich um, wenn wir eine tragfähige Basis miteinander haben. Und wenn man anfängt, das zu spüren und sich dessen auch bewusst zu werden, dass der andere doch auch Interesse am Gelingen der Beziehung und an einem selbst hat und dass dieser Mensch seine eigenen Ängste hat, dann verankert sich diese neue Erfahrung in Bezug auf nahe Beziehungen in einem selbst und das hilft, weniger beängstigt zu sein. Und so entsteht erst einmal ein Ausgangspunkt, um als zwei eigenständige Personen miteinander über etwas Schwieriges oder eine Meinungsverschiedenheit zu diskutieren. Für Iris war es lange Zeit so, dass wenn ihr Partner sauer war oder einfach ein bisschen ärgerlich auf sie oder mit etwas nicht einverstanden, was ja ohne Frage vorkommt, oder wenn er eher einen Vorwurf machte, dann fühlte sie sich sofort genauso, wie er es sagte. Er ist sauer, also bin ich schlecht, schuldig, werde bestraft. Und das führte in die körperliche Schockstarre. Iris durfte lernen, das auszuhalten, diese Spannung, und dass nichts passierte, dass der Mann, den sie liebte, auch mal schief lag, auch mal schwierige Ansichten hatte und genauso wie sie nicht immer recht hatte. Sie lernte Ambiguitätstoleranz. Jemand, den ich liebe, ist auch nur ein Mensch, er hat auch schwierige Seiten, er muss auch nicht immer mit mir zufrieden sein. Wir können uns auch mal in die Haare kriegen, uns muss nicht alles aneinander gefallen, aber wir lieben uns dennoch. Das ändert nichts. Denn der Großteil unserer Beziehung ist okay. Also bis auf das Gerade gelingt uns ziemlich viel miteinander. Und Achtung, das ist mir an dieser Stelle sehr wichtig. Schau wirklich, ob der Großteil eurer Beziehung, also vielleicht so 70 bis 80 Prozent, für dich in Ordnung sind und passen. Ich sage das, weil es Menschen gibt, die in ungesunden Beziehungsdynamiken stecken, in toxischen Strukturen, in emotionalen Abhängigkeiten und in deren Beziehung läuft eigentlich kaum irgendwas rund und dennoch versuchen sie das vor sich selbst zu verbergen, sie gaslighten sich selbst, weil sie das Ausmaß der Beziehungskatastrophe nicht sehen wollen, um an der Beziehung festhalten zu können. Das ist eine Art von Beziehungssucht. Diese Menschen brauchen unbedingt Hilfe, um sich aus dieser Abwärtsspirale zu befreien. Und da nützt es wirklich nichts und wäre sogar noch kontraproduktiv, wenn man sich dann sagt, ja, da versuche ich jetzt mal, die Spannung noch besser auszuhalten. Denn außer Spannung gibt es da eigentlich nichts. Also keine andere stabilisierende Seite. Du siehst also, es kommt auch hier immer auf den Kontext an. Lass uns das nochmal zusammenfassen. In einer lebendigen Beziehung zu sein, bedeutet auch, eine gewisse Spannung aushalten zu können. Damit leben zu können, dass Partnerin oder Partner nicht in allem mit dir übereinstimmen wird. Dass der geliebte Mensch auch Seiten hat, die unangenehm oder schwierig sind. Und damit leben zu können, dass aus unserer Verschiedenheit auch Konflikte resultieren. Und dass unsere Beziehung dennoch trägt. Das Leben, du und ich, deine Partnerschaft, das alles hat so viele Facetten und Nuancen. Hat Licht und Schatten und braucht eine gewisse Risikobereitschaft, sich darauf einzulassen. Du kannst nicht sicher sein, dass alles immer so laufen wird, wie du dir das vorgestellt hast. Nicht in deinem Leben und auch nicht in deiner Beziehung. Niemand wird immer nur so sein, wie es für dich passt. Die Liebe bringt alles hervor, was nicht Liebe ist. Alle Dreckecken, die wir haben, werden sichtbar werden durch die Nähe der Beziehung. Du kannst sicher sein. Das ist anstrengend manchmal, aber es lädt zur Entwicklung ein. Genauso wie es auch den Rahmen der Beziehung und deiner Werte sprengen kann. Du wirst das nur herausfinden, wenn du dich darauf einlässt. Und du wirst dich dabei selbst in deinen vielen Facetten kennenlernen. Kannst du dein Monster halten? Das war Folge 246 von Leben lieben lassen. Ich hoffe, diese Reise oder besser dieser Versuch eines Balanceaktes in Sachen Beziehung hat dich eingeladen, dich mit dem Thema Spannung halten und Ambiguitätstoleranz, ein schwieriges Wort, ich weiß, sagen wir besser mit dem Thema die ganze Packung nehmen, in deinem Leben und in deiner Beziehung zu beschäftigen. Feedback zur Sendung gerne in den Kommentaren oder an claudia-at-leben-lieben-lassen.com Und wenn es dir gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn du diese Folge teilst mit Menschen, die du liebst. Vielleicht hast du auch Lust, mit deiner Partnerin oder deinem Partner mal darüber zu reden, wie es damit in eurer Beziehung steht. So ein Thema im Podcast zu hören, das weiß ich von vielen meiner Klienten, ist nämlich auch eine sehr gute Möglichkeit, darüber mal miteinander zu reden, die eigene Beziehung also quasi von einer Meta-Ebene aus zu besprechen und zu entdecken, was denn da beide so sehen und wahrnehmen. Folge mir gerne auf Insta, auch dort gibt es viele Inspirationen für dich, dein Leben und deine Beziehungen und dort kommen wir auch in Kontakt. Auf Facebook, ihr Lieben, bin ich wirklich nur ganz, ganz selten. Dort also lieber nicht in den Messenger schreiben, das kommt wahrscheinlich nicht an. Natürlich, ich freue mich auch, wenn du diesen Podcast in Social Media teilst oder dir die Mühe machst und einen Kommentar verfasst auf Spotify oder auf Apple Podcasts und mir deine Sterne schenkst. Das hilft mir noch viel mehr, Menschen mit meinen Inhalten zu erreichen und das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Danke für deinen Support. Mit mir arbeiten in Coaching und Beratung, das geht auch. Du findest alle meine Angebote auf leben-lieben-lassen.de, meiner Website und dort kannst du auch gleich ein persönliches Kennenlerngespräch übers Kontaktformular vereinbaren. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren vor allem online. Wir hören uns hier immer am Sonntag mit der neuen Folge und zwischendurch gibt's Mini-Episoden, wenn du magst, hör da mal rein. Ich freue mich also auf dich in der nächsten Folge. Bis dahin, hab eine gute Zeit. Alles Liebe von ganzem Herzen, deine Claudia. Deswegen жиз Fill in die Ich bininh do level